Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder euer Udin und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Bad North wollen wir jetzt anzocken. Ich habe da gestern mal kurz reingeguckt. Ist nun wirklich ein ganz kleines. Ich muss halt nur aufpassen und auf die Zeit achten. Weil diese kleinen Titel, wo ich sage, es ist ein kleines Spiel, die sind immer die Rote denn. Stundenlang dran sitzt. Aber wir wollen ja hier nur 1-2 Level machen. Das habe ich jetzt schon zweimal gemacht und wir können jetzt wahrscheinlich... Ich habe noch nichts zu modifizieren. Hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich kann keine Apotheke kaufen. Ich kann keine Ahnung, dass ich die Wir müssen jetzt nur die Einheiten praktisch kaputt machen, die jetzt hier an Land kommen wollen. Wir haben dann auch noch mehr und dafür kriegen wir halt Geld, wenn die Häuser verschont werden. Wir müssen hier ein Wettbewerb. Wir müssen hier ein Wettbewerb. Ich würde mal gerne haben wollen, dass ich halt mich irgendein Haus abfacke oder die. Die müssen sowieso erstmal herkommen. Den Haus kriegt immer was ab. Okay. Oh, 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 oh. Huh? I don't know. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Yep. Das war's für heute. 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 Oh, der bringt Jutz. so klasse das hat doch jetzt ordentlich punkte gebracht die haben alle eine spezial also die haben noch keine spezialfähigkeit und ich kann das dieses mal nicht machen das ist das infanterie so umgewandelt das war die umschützen oben nach unten und die nehmen auch nach unten Das war's für heute. Jetzt kommen die nächsten. Das ist eine ernsthafte Strategie mit den Bogenschützen nach oben. Ah, jetzt kommt die auch schon mit Bogenschützen an. Wir gehen auf Schütz. Wir gehen auf Schütz. Wir gehen auf Schütz. Oh, fertig. Sieben. So, dann kann ich die dann erhöhen. Wir machen aber erst mal das da rein. Das haben wir jetzt nicht mehr genug. Beim Pfeil könnte ich jetzt auch Veteranen schon nehmen. Hm? Oh. Hm? Ich habe noch ein bisschen was. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt sind wir jetzt nur bei 30 Minuten, da würde ich sagen, das war's dann auch. Ja, wir müssen da noch ein bisschen was erreichen. Ich habe jetzt 9% an Trophäen, habe jetzt zwei Stück bekommen. Ihr seht, das ist halt hier nur Silber, Bronze und ein einzig Gold ist mit bei. Ist ein schönes, kliniert, entspanntes Spiel. Das ist jetzt keine Grafikbombe, habt ihr gesehen. Aber so für zwischendurch finde ich es ja nicht mal so verkehrt. So, nichtsdestotrotz wartet jetzt. Der Koffer hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. 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 Ahoi.